Heute mal nicht aus dem Studio, sondern von der Straße. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist am 1. August in Wuppertal die Engels-Demo. 200 Jahre Friedrich Engels. Die Demo wird organisiert von dem Engelsbündnis. Das ist ein Bündnis von verschiedenen revolutionären Organisationen aus Deutschland. Wir haben euch mal einige Links dazu in die Videobeschreibung gepackt. Und auch wir von Klassenbildung werden am 1.8. in Wuppertal sein. Wir sehen uns dort.